Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil und dem Beagle. Ich hoffe heute, also es ist immer noch sehr warm draußen, ich hoffe aber, dass jetzt, wo ich morgens aufnehme, ich vielleicht nicht mehr so schwitze wie gestern. Ich bin noch, ich habe leider nicht verdrängen können, dass Barry mich gewarnt hat, hier hinzugehen. Wow, was? Gibt man da durch? Nein. Und ich habe auch nicht verdrängen können, dass ich ein Geräusch gehört habe. Naja. Also sind wir mit der Hütte... Wisst ihr was? Bei dem Geräusch, das ich gehört habe. Sicher ist sicher. Ach komm schon, ehrlich? Ich will nicht. Nein. Ich habe echt einen auf die Mütze bekommen und wurde darunter getragen? Wenn ich jetzt schon L1 drücke zum Zielen. Oh Gott, wer bist du denn? Okay, ich will einfach an dem vorbei, danke. Und jetzt will ich mich verziehen und dich nie wiedersehen. Ist das das Ding, das man nicht töten kann? Wenn ja, ist weglaufen, glaube ich, genau das, was ich brauche. Sammle die Kräuter ein, in der Hoffnung, dass ich nie wieder hier hin muss. War's denn das auch? Ja, das war's. Gut, ich würde sagen, dann lassen wir die einfach zurück in ihrer Traurigkeit. Traurigkeit und was auch immer in ihrer, in ihrem verlustreichen Leben, wo sie sich extra, was? Dude, alles gut bei dir? Du klingst nicht gesund. Ich habe nicht vor, hierhin wieder zurück zu gehen, also kann er ruhig da bleiben. Ich kann nur anhand des Kameraswinkels manchmal nicht so genau sehen, wo ich hin muss. Aber sei's drum. Bis der mir gefolgt ist, bin ich, glaube ich, schon längst über alle Berge. Also, ich will jetzt mal das Windwappen holen und dann schauen wir mal. Ihr lieben Krähen, lasst mich bitte in Ruhe. Ich möchte euch nichts tun. Aber wo habe ich nochmal eine Kischt? Außer in der Hütte, wohlbemerkt. Ich gehe nicht nochmal in diese Hütte zurück. Können da alle ganz doll knicken. Hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht einfach das Windwappen jetzt schon direkt mitgenommen. Aber sei's drum. Muss ich halt ins Haupthaus zurück. Den Umweg gehe ich gerne. Habe ich hier vielleicht irgendwo eine Inventarbox? Das wäre cool. So, jetzt kann ich gucken, wo ich hier überhaupt bin. Ach, da unten. Na gut, dann weiß ich wohin. Überall hört man die Hunde heulen. Ich halte das für nicht sicher. Uns fehlt immer noch der gelbe Stein für, ähm, Chris. Äh, nicht Chris. Für etwas, das wir brauchen, um Chris zu retten. Das habe ich noch so vage in Erinnerung. Das ist in der Tigerstatue drin. Okay. Da ist ein Crimson Head. Ich kann den One-Way hier auch einfach nehmen. Da muss ich zwar wieder einen elendig langen Weg zurückgehen, um rauszukommen, aber I don't care. Da komme ich, glaube ich, äh, durch, äh, da komme ich, glaube ich, positionell besser bei dem Crimson Head raus. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich sage ja, manchmal ist es einfach ein Walking Simulator. Hm. Ich brauche Platz und das heißt, ich muss irgendwie... Äh, wenn ich die jetzt eh mit mir rumschleppe, wo ist denn das Windwappen? Okay. Das ist einfach nur ein Windwappen. Okay. Also... Muss ich jetzt einmal wieder komplett oben raus, durch die Haupteingang und wieder einmal hinten rumgehen. Weil die Tür kaputt ist. Sollte jemals ein Notfall bestehen und ich bin bis zeiteilig wie bei Richard, hat der wohl einfach Pech gehabt. What should I say? Tack, 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 tack. Ach, chill. Chill. Jeder, der dieses Spiel schon mal gespielt hat, versteht genau mein Struggle dahinter. Das habe ich bei vielen Spielen, die etwas älter sind. Alice Madness Returns hat den Fehler zwischendurch auch, dass du dann halt mittendrin Kamerawechsel hast und die Steuerung aber so schnell den Kamerawechsel nicht hinkriegt. Und dann steuerst du auf einmal wieder zurück, obwohl du eigentlich bis gerade noch in der richtigen Richtung warst. Das ist aber schon mies, dass wir das eingebaut haben, dass man überhaupt so viel Backtracking... Also, was heißt so viel Backtracking, aber dass man überhaupt... Ah, du kannst ruhig da hinten bleiben, Dude. Das ist kein Thema. Komplett da durch. Für den Crimson Head gleich. Vielleicht kriege ich ihn ja... Chill. Kriege ich ihn ja platt gemacht. Also komplett mit Kopf und allem drum und dran. Er blutet. Heißt das nicht, dass er tot ist? Ich meine, ja. Ha, dann ist es mir egal, Boy. Der sieht aus, als könnte er auch wieder wach werden, aber ist okay. Irgendwann im Laufe des Spiels wird er das vermutlich auch tun. Was alles nicht so tragisch ist, wenn ich darüber nachdenke, dass es eventuell hier auch Hunter geben könnte. Die aus Resident Evil 3, die man mit Carlos hatte. Und hinterher dann auch mit Chill. Wenn man sie einmal mit Carlos hatte, bekommt man sie auch mit Chill. Die sind echt abstoßend scheiße. Und ich bin mir nicht sicher, ob da die Schrot reicht. Nee, nein, 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 nein. Friedhof, 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 hier runter. Ich glaube, wenn wir den Friedhof dann geschafft haben, müssten wir gar nicht mehr hier hin müssen. Was ich nur befürworten kann, weil dieses Ding, das Leatherface nachmacht, das darf ruhig da gerne bleiben, wo es ist. Abseits, weg von allen anderen, einsam und verlassen. Soll es seine Mami und Daddy halt irgendwo suchen, aber nicht bei mir. Ja. Oh, ich habe noch genau Platz. Okay. Ich werde jetzt gleich erstmal alle untersuchen. Dann stören mich die Krähen auch nicht. Ah. Aha. Ist das Mondwappen? Sonnenwappen, dann hat das das bestimmt. Das hat das bestimmt auch, ja. Cool. Falsch. Falsch. Was? Ich habe doch sonst gar nichts mehr. Also es ist egal. Habe ich alles auch gebraucht? Okay. Au, du dämliche Kräher. Au. Aua. Nein. Du kacke, ein freches Viech. Ah, ich sehe es. Ja, ja. Ja, ich weiß. Ähm. Also zuerst. Nein. Ist das jetzt ernsthaft in der Reihenfolge, wie ich es auch eingesammelt habe? Die Magnum. Jawollo. Karte sagt, hier bin ich auch fertig. Ihr Kackrä. Nein. Au, au, au. Jetzt hört doch auf. Dass sie davon nicht infiziert ist dann. Mit T-Virus meine ich. Hunde heulen nicht so. Zumindest nicht meine bis jetzt. Meine Zuckermaus versucht das manchmal, aber manchmal hat man das Gefühl, dass sie ihren Stammbaum nicht gelesen hat und nicht weiß, dass sie ein Jagdhund ist und dementsprechend auch eigentlich heulen kann. Bei ihr klingt das mehr wie ein Oh, oh, oh. Und ich denke mir dann so, okay, willst du gerade mit mir reden oder heulen? I don't know. Bei der kleinen Maus, I don't know. Ich könnte riskieren, jetzt einfach weiterzugehen in der Hoffnung, dass ich, ähm, erkischt und eine Schraubmaschine so finde. Wo auch immer ich hier mit der Kurbel hinkomme. Das ist ja da beim Pool. Also. Oder ist es mal eine naive Hoffnung, I don't know. Hm. Da ist ein quadratisches Loch. Okay. Das machst du schön, Jill. Okay. Leute, an manchen Stellen ist das Spiel so hübsch gemacht und dann kommen solche Zwischensequenzen. Ich frag mich, war das Faulheit, dass sie das nicht schön gemacht haben? Dann war es ihnen einfach nicht anders möglich. Aber 2014? I don't know. 2014 erwarte ich eigentlich was anderes. Aber wie gesagt, das Spiel zeigt ja an so vielen Stellen, wie unglaublich geil es gemacht ist. Es ist einfach so. Ähm. Moment. 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 Wo bin ich hier? Der Weg ist versperrt. Nö. Jill. Sprich mit mir. Ich hab keine Ahnung. Hier geht's nicht weiter. Okay. Äh. Warum hab ich denn das Ganze gemacht, wenn der Weg da hinten versperrt ist? Oder ist der Weg vielleicht gar nicht versperrt? Hm. Ist er gar nicht. Okay. Ach, Krähen. Passwort. Oh. Ah. Wir sind gleich mehrere. Nein. Jetzt geht weg. Ich hab keine Heilung mit, wenn irgendwas ist. Jetzt hab ich Heilung mit, wenn irgendwas ist. Ich bin nämlich, ja, schon Gefahr. Toll. Wo bin ich denn überhaupt hier? Nein Die Batterie wurde entmahen, okay. Geht weg, geht weg, geht weg, 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 weg. Ich dachte, das wäre nur so eine Krähe. Most underrated Gegner in diesem Spiel Krähen. Ja, komm. Komm, nicht prüfen, sondern kombinieren und direkt verwenden. Wo bin ich denn hier jetzt? Keine Ahnung, wo ich hier bin. Leute, wieso spuckt der Himmel Schlangen? Das geht mal gar nicht. Und wo bin ich hier überhaupt? Residenz. Okay. El Residenz. Aber ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich würde auch gerne mal speichern wieder. Aber gut, vielleicht ist das einfach so ein Wunsch, der... Okay. Cool. Das klingt nach Safe Room. Das heißt, da wird es bestimmt auch... Ja, gerne. Oh, Ink Ribbons. Ich kann direkt speichern. Dann machen wir das doch auch. Ich werde eh wieder eine beschissene Wertung am Ende des Spiels kriegen. Also kann ich so viel speichern, wie ich möchte. Abstellbaum der Residenz. Was? Also ich stelle... Also das, was ich da im Haupthaus habe, das ist eine Residenz. Aber das ist einfach nur ein paar Baracken. Ah, sei es doch. Vielleicht... Das hat nur meine Definition. Was sagt denn der Raum hier? Er ist grün. Okay. Okay. Die Magnum packe ich sicher weg, ehrlicherweise. Ich glaube, um Erste Hilfe und so ein Kram muss ich mir keine Sorgen machen. Ich muss es halt nur dabei haben, wenn irgendwas ist, ne? Jetzt habe ich wieder 24, sehr schön. Was macht der Granatwerfer eigentlich da unten? Habe ich da oben noch jetzt einen Platz für das Kraut oder... Nö, habe ich nicht. Ich könnte aber mal kombinieren. Okay, dann behalte ich das auch direkt. Wo ist der Ausgang hier? Da. Manchmal ist die Perspektive wirklich eigenartig. Ganz, ganz eigenartig. So, kann ich jetzt hier vorne das blaue Kraut nehmen, ne? Ja. Heftig viele blaue Kräuter. Ist ja Wahnsinn. Gehen die davon aus, dass ich hier vergiftet werden könnte? Also das geht. Pflanzenspray. Jetzt muss ich ja glatt wieder zurück zum Safe Room. Dann mache ich, glaube ich, hier jetzt auch einen Cut rein. Um die ganzen blauen Kräuter wegzupacken. Ulla, die Waldfee, ganz schön viele. Ich meine, ist nett, ne? Aber... Jetzt habe ich schon wieder ein Kraut mittendrin im Nirgendwo. Das kotzt mich an. Okay, ihr Lieben. Ich mache dann jetzt hier einen Cut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir uns mal die Residenz angucken. Das für mich immer noch aussieht wie so eine Hölzhütte einfach. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Und haut rein. Bis dann! Bis dann!